die Suche in Runderspringen und eine Hälfte geschafft die Halter die halbe Hälfte der Hunde Rundesrum es ist gar nicht klar nein weil sie zählt ist ja noch so ganz so richtig dicke Sniper um wegzuschneiden Spass Prozent Runderspringen so wie da ist am Jaui checkt dass ich oben auf dem Dach bin jetzt ist die Position im Scherwider scheiße So, wenn ich aufs Dach kommen würde, dann würde ich mich da einfach mit Schruffelte vorn aufzulegen und warten. Ja, ich aber nicht. Das finde ich zum Beispiel wieder voll langweilig. Egal. Warum habe ich nicht gleich geschossen, Alter? Fuck you, ey. Hinterpüste. Alter, warum treffe ich den nicht, Mann? Ich treffe echt gar nichts, Mann. Was ist los? Äh, oh ja, ich habe keine Munition mehr, fällt mir gerade auf. Alles gut. Bam. Ich stehe auf dem Dach und da ist einfach keiner. Ja, ich bin nur auf dem Dach. Komm nur her, hier vorne, hier vorne, gehst du voll ab. Wieder gehst du voll ab, ich bin mit Schruffelte unterwegs. Ja, Schruffelte, ne, ist klar, dass nichts geht. Bist du lustig hier? Ja, bist du wenigstens Positionstu... Ne, natürlich nicht. Wahrscheinlich, wenn du nicht hinguckst, kommen sie dann raus. Du hast doch gar keine Schru... Ah, doch, du hast Schru... Hier, guck. Leben. Ja, ich habe... Egal, ich lege mich da an Aufzug oder so. Oh, oh. So, 29, 21, es läuft. Aber es macht halt einfach keinen Spaß, dann auf dem Dach runter zu schießen. Wobei doch ein bisschen schon. Hm. Was ist denn eine Scan-Drohne? Der habe ich auch mit einer Scan-Drohne gekillt, lol. Das ist eine Drohne, mit der man durch die Gegend fliegen kann, die eigentlich fürs Scannen gedacht ist, aber mit der, die der Typ zweckentfremdet hat und in dem, der dich damit dann... Ich habe eine Idee, ich nehme jetzt die ACWR, so. Bitch! Und dann gehe ich auf Star-Drohne und dann habe ich genug Muni. So. Können wir jetzt mal bitte hier so aufzukommen? Und ich finde die ACWR schon geil. Wir sind nur kurz hoch, schneller. Viel schneller! Oh, oh. Nein! Boah! Krass, Rosani. Ich schieße jetzt zweimal mit der Schrotzlinde in den Bauch und ich habe nicht einmal getroffen, ich glaube es nicht. So, als wären wir einfach mal blind eine Granate da irgendwo hin? Ja, Alter, ist klar. Bam. Das schießt mich einfach... Boah! Dieses Versprechen mit dem Netcode irgendwie ist das alles nur eine Liebe. Bam, so. Mit der ACWR und jetzt auch genug Muni am Start. Jetzt mal mit Slugman-Zone schießen. Das Leben ist kein 2. So, jetzt bräuchten wir natürlich einen Sunny-Töter. Ein Sunny-Töter. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich kann die Sunny-Sanys wohl töten. Oh, fuck. Nein! Boah! Das war, sagen wir mal, knappe... Knappe Sache, Junge. Drückte Knöp! Drückte Knöp! Das ist überworst mich. Ja! Boah! Boah! Boah, ich weiß, dass sie vier unter... Was sie? Du sollst du nicht runter schmeißen, ich soll mal mit runter springen. Spassi! Oh, Junge, wirklich? Oh, Junge, wirklich? Ich schieße ihm in den Rücken, er dreht sich um und killt mich und hat da nur 2%, die Hurenfotze, ohne Witz. So, die Lust auf Battlefield hat sich gerade von vorher 100% auf jetzt 0% herabgesenkt. So in etwa. Das ist gut. Kann ich ja jetzt, ist die C4 nur zünden? Ne, natürlich nicht. Fand ich auch so geil, in Battlefield 3 konntest du, glaub, ne Weile, dein C4 auch noch zünden, nachdem du tot warst. Da hast du C4 platziert, hast du das Team gewechselt, an den Helikopter platziert, Team gewechselt und hast du gezündet. Und dann hast du direkt... Ja, in Battlefield 3 konntest du das auch bis zu einem gewissen Update noch, nachdem du gestorben bist, zünden. Ging das nicht weg. Ja, mein ich ja, aber um das Team zu wechseln, musst du ja sterben. Ja, aber du konntest dann zum Beispiel auf Metro dann einfach die Dinkstation vollklatschen mit C4. Wenn ich den dann scharf gemacht hab, dann gibt's einfach den Knöpp und dann geht alles in die Luft. So, ich warte jetzt auch hier so. Ja, ist so gut geplant. Scheiße. Ich hab' gewundert, dass ich noch nicht vom Runterwein verweckt bin. Fuck. Ich brauch' nur Messern, ich hab' nur 7 Prozent. Und da hat mich der Nächste direkt gekillt. Aber wenigstens 37,23. Sehr, sehr positiv. 19,29. Krass. Bei mir läuft. Voll krass. Bergab und rückwärts. Der ist gut. Boah, ist es zu kotzen, ey. Zack. Zack. Oh, voll hilfe, neulich voll leise. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das gemacht hat. Ja. Oh, hilfe Zellers. Oh, voll leise. Nur warum das auch gesagt zu haben. Zack. Das ist echt voll leise. Obwohl er eigentlich sonst nur mal voll der Brüllwürfel war. Hier, deine Munition. Hol sie dir. Alter, ja, geh mich nicht auf den Sack. So, komm Homie. Jetzt rennen wir da mal lang. Bäm. Versteht auch keiner, was ich schreibe. Ist ein bisschen schade, aber gut. Ich hab' einen Ficker 14 Sprüche, gell Ficker. Doch, es sind ein paar Deutsche drauf. Oh ja, lol. 22 Uhr 8, Alter. Jetzt. So in sieben Minuten will ich eigentlich die Walking Dead Folge eigentlich anfangen. Wobei ich überlegen bin, vielleicht doch erst am Wochenende zu gucken. Wo geht die mir auf den Sack, ne? Voll die Schimmler. Wo kann die Scheißrunde nicht mal einfach vorbei sein? Ich hab' keinen Bock mehr. Ich hab' jetzt irgendwie auch keine Lüften. Oh, Junge. Verreckt doch. Einfach, du Missgeburt. Ich schuld mich schon ein bisschen an. Weißt du, nur die guten alten Zeiten im Battlefield 3, wo es immer so abging. Wo ich, wo wir, oder ja, wo ich, wo wir da den ganzen Chat immer voll gemacht haben, bis der Serverspeicher irgendwann leer war. Boah. Das war cool. Boah, Alter, ey. Das kotzt mich jetzt schon der Seite. Zu zweit. Oh. Look. Guck mal. Two gays. Das glaub ich nicht. Ich hab' auch überhaupt keinen Plan, wie, wie die das schaffen da, mich so schnell zu killen. Ich mein, ich hab'n Ping von 23, meine. Eff. Das ist wieder so Battlefield-Logie, die versteht kein Mensch. Ich glaub, mein Bruder steht glatt neben mir. Mhm. Positiv oder negativ? Weiß ich nicht. Wie findest du's denn? Äh, negativ. Komm doch, du Hurensohn! Ja, blöd, blöd. Ich hab'n Positiv. 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 Oh mein Gott, Alter. Komm. Sunny. Und Sunny wär' jetzt ja mal ganz wichtig. Boah. Irgendwas sorgt dafür, dass ich richtig Frame-Jobs hab'. Ich weiß nicht was. Komm'back-Bonus 40! Yeah! Leck' doch mal. Ich hätt' jetzt auch ganz gerne mal wieder so'ne kleine Glücksträhne. Auch wenn's nur ein Kill ist. Reicht schon. Glückssträhne? Sag' mal, träumst du? Genau, wir sind ja im Belfield. Das ist keine Glücksträhne. Camponio-Wunsch-Konzert hier. Pure Realität, du Hurenficker. Hurenrealität. Die Purenficker. Weißt du, ich probier' jetzt auch mal Shotgun, ne? Ich hab' irgendwie Bock drauf. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bittelfield-Vier braucht bei mir einfach mal 4,5 GB RAM. Krass. Bei mir braucht es so 1,5 oder 2 GB RAM. Ja, bei mir hat er mal eben 4,5 GB vollgemacht. Aber okay. Hab' ja noch 6 frei. Hä? Wie viel hast du noch frei? Ich hab' noch 6 GB frei. Nee, bleib' stehen, du. Insgesamt hab' ich 10 verbraucht. Oh, MG, Hurensohn. Wie viel, wie viel Gigabyte hast du insgesamt? 16 oder? 16, ja. Ja, ich hab' Messer-Kell gemacht. Soll' man einfach noch probieren? Natürlich nicht. Wir kriegen's ja nicht mal normale Sturmsoldaten geschissen. So, Pisser-Gegenangriff von Hurensohn. Und direkt von hinten. Oder von der Seite. Ich brauch' nur einen Prozessor, Mann. Das ist zu langsam. Wer sich jetzt wundert, was das für ein Zettel war. Den hab' ich auf mein Glas gelegt, damit das meine Tastatur nicht voll spritzt. Aha. Ich brauch' nur einen Prozessor. Boah. 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 Ach, Hurenficker, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Mit der XM25R-Börse, weißt du, manche Leute, den könntest du echt einfach so in die Fresse hauen. Sorge, Alter. Wunderschön gespawnt. Hab' richtig reinrotzen können. Dann kommt so eine Missgeburt und macht dir alles kaputt. Alter Falter, ey. Direkt schon wieder. Hey, wir haben gewonnen gleich. Krass. Ja, gut, ne? Fickerfotzen, ey. Ohne Witz. Jetzt haben wir sie gleich aber ziemlich weggebumst. Boah. Wir haben sie ziemlich weggewichst. 23 zu 27, ey, bei mir. Ja, ich hab' noch einen gekriegt. Jawolle. 44, 93. Ja, ja. Hasse G, Alter, viert. Ich nicht, wenn du die ganzen Punkte abzählst, die nur kriegst. Ich nicht. Ich nicht. Da haben wir wenigstens wieder Videomaterialgut. Das heißt, sie müssen die nächsten drei Jahre keine Bandflüge mehr spielen. So viel Videos, wie ich jetzt aufgenommen habe, und so wenig wie ich momentan hochlad. Ja, gut, oder? Pistolen, oh, ich hab' noch... CZ 805, 805 Battlepacks muss ich da noch aufmachen. Mal ja, mein Battle of Street. Weil jetzt verabschiede ich mich erst mal, weil ich und... Andreas kann Bock mehr haben. Vor allem nicht, ich war vor allem nicht Andreas. Ja, ich hab' irgendwie Bettel Schild, ne? Und so blaaa. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.